Es ist 20.45 Uhr und es stehen sich gegenüber der FC Bayern München und der FC Barcelona. Hacken, dick, roten, das sind nur noch 5 Meter mit der Spitze, schießt er und dann ist Victor Valdes da und kann abwähren, die erste Großchance für die Bayern. Dante kann köpfen und es wird geköpft und der Ball ist drin. Was für eine Kiste, Glück, Glück, aber das ist egal, es steht 1-0 für die Bayern. Da kommt Paul von Müller drauf, Tor für die Bayern, Mario Gomez macht das 2-0, 49. Minute. Das ist Robben, das ist das Tor, Tor, 3-0 für den FC Bayern, Arjen Robben, 73. Minute. Heidewitzker, Herr Kapitän, da ist die beste Mannschaft der Welt zu Gast und sie reist mit einer Packung im Gepäck wieder nach Hause. Leck mich doch am Arsch an dieser Stelle, was für ein Ding, Entschuldigung die Wortwahl, aber ist das geil, Freunde. Das ist die Chance, das ist das Tor, Tor für die Bayern, das ist unglaublich, Thomas Müller, 4-0. Thomas Müller, Thomas Müller, Thomas Müller, neue Spielstadt, FC Bayern München, FC Barcelona. Die fliegen heute Nacht noch zurück nach Spanien, 0.30 Uhr, glaube ich, geht die Maschine, da kannst du gar nicht so viel saufen, wie du kotzen möchtest. Finale, oh. Das ist Schluss, Schluss, Ende aus, die Bayern mit einer Sternstunde, mit einem unglaublichen Spiel und einem noch unglaublicheren Ergebnis, 4-0.